Friedrich Bernhard Karl Gustav Ulrich Erich Graf von der Schulenburg war ein deutscher Offizier, zuletzt General der Kavalerie sowie Politiker. Leben Friedrich war der zweitälteste Sohn von Werner Graf von der Schulenburg und der Mary Freien von Malzahn. Er studierte zunächst einige Semester an der Universität Heidelberg, ehe er 1888 in das 2. Garde-Ulanen-Regiment in Berlin eintrat. 1890 in das Regiment der Gardestukorps versetzt, wurde er 1894 Regimentsadjutant und 1897 Flügeladjutant des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin. 1899 wurde er zum großen Generalstab in Berlin kommandiert. Nach verschiedenen Posten dort war er von 1902 bis 1906 Militärattaché an der Deutschen Botschaft in London. Im Jahr 1913 wurde Schulenburg Kommandeur des Regiments der Gardestukorps. Gleichzeitig ernannte ihn Kaiser Wilhelm II. zu seinem Flügeladjutanten. Als Chef des Generalstabes des Garde-Chor rückte er 1914 im Rang eines Oberstleutnants ins Feld. 1915 wurde er zum Obersten befördert und am 28. August 1916 zum Chef des Generalstabes der 6. Armee ernannt. Im November 1916 wurde Schulenburg Generalstabschef der Heeresgruppe Deutscher Kronprinz, die von Februar 1917 an im schwersten Abwehrkampf an der Eisnie und in der Champagne stand. Nachdem im April 1917 ein groß angelegter französischer Durchbruchversuch unter General Nivelle zurückgeschlagen worden war, vertrat Schulenburg gemeinsam mit Kronprinz Wilhelm die Auffassung, dass dieser Teilerfolg politisch genutzt werden müsse, um den Krieg unter allen Umständen, wenn auch mit Opfern zu Ende zu bringen. Er zog einen Verzicht auf Elsass-Lothringen in Erwägung und hielt einen weisen und weitsichtigen Frieden mit Russland ohne Annexionen und Reparationen für notwendig. Er hielt es für ausgeschlossen, dass Deutschland noch die Kraft habe, einen Sieg Frieden zu erkämpfen. Nach Ende des Krieges wurde Schulenburg am 28. Dezember 1918 zu den Offizieren von der Armee versetzt und am 29. März 1920 unter Verleihung des Charakters als Generalmajor aus dem aktiven Dienst entlassen. 1924 wurde Schulenburg als Abgeordneter der Deutschen Nationalen Volkspartei in den Reichstag gewählt. 1931 trat er der NSDAP und 1933 der SA bei. Seit 1933 war Schulenburg Abgeordneter für die NSDAP und wurde 1934 von der SA als Sachverständiger für Militärfragen beauftragt. Bereits im selben Jahr schied er auf eigenen Wunsch aus dem aktiven Dienst der SA aus und wurde am 21. September 1934 als SS-Oberführer in diese übernommen. 1936 wurde er gleich zweimal in der SS befördert und zwar Brigadeführer und zum Gruppenführer. Am 1. April 1938 wurde ihm anlässlich der 50-jährigen Wiederkehr seines Diensteintritts in die Armee der Charakter eines Generals der Kavallerie verliehen. Er war als Militärattaché unter anderem in London und Moskau tätig. Er starb im 74. Lebensjahr. Auf seinem Begräbnis war Adolf Hitler persönlich anwesend und kondolierte unter anderem dem Sohn und späteren Widerstandskämpfer Fritz Dietloff. Nachkommen Am 21. Juli 1897 heiratete er in Moskau Freda Marie Gräfin von Arnim. Aus dieser Ehe gingen folgende Kinder hervor. Johann Albrecht Gutsbesitzer, Rittmeister. Wolf Werner SA Brigadeführer Oberstleutnant Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 13. Adolf Heinrich SA Obersturmführer. Fritz Dietloff Vize-Oberpräsident der preußischen Provinz Schlesien Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Elisabeth Künstlerin und Ordensschwester. Wilhelm Auszeichnungen Kronenorden III Klasse Ehrenritter des Johanniterordens Preußisches Dienstauszeichnungskreuz Bayerischer Militärverdienstorden III Klasse Ritterkreuz II Klasse des Ordens Heinrichs des Löwen Ritterkreuz des Ordens der Wendtischen Krone Ritterkreuz des Greifenordens Ehrenritterkreuz II Klasse des Oldenburgischer Haus- und Verdienstordens des Herzogs Peter Friedrich Ludwig mit Silberner Krone Ritterkreuz I Klasse des Albrechtsordens Ritterkreuz II Klasse des Hausordens vom Weißen Falken Kommtour I Klasse des Herzoglich-Sachsen-Ernestinischen Hausordens Kommtour des Ordens Leopolds II Ritterkreuz des Jannebrockordens Offizier des Ehrenlegion Kommtour des Erlöserordens Kommtour des Royal-Victorian-Order Offizier des Ritterordens der HL Mauritius und Lazarus Ritter des Ordens der Krone von Rumänien Kommtour II Klasse des Schwertordens Offizier des Orden vom Weißen Elefanten Eisernes Kreuz II und I Klasse Eichenlaub am 23. März 1918 Konturkreuz mit Schwertern im Jahre 1917 Roter Adler Orden II Klasse mit Schwertern Eichenlaub und Krone Betonante Schwertern im Jahre 1917 Untertitelung des ZDF, 2020